Also unsere Sängerin ist leider nicht gekommen mit der Berlin und meine, und du bist da. Und wir werden mal alle, die den Text haben, die schon mehrmals mitgesungen haben, heute nochmal gemeinsam unsere Hymne singen, damit man weiß, warum und weshalb. Die Interpretin ist von Potsdam hierher gekommen und hat gesagt, also ich habe von euch gehört, habe also ein Text geschrieben und zufällig hatten wir noch jemanden, der Tanzmusik hier gespielt hat, dann haben sich beide zusammen gemacht, haben also ein Lied daraus gemacht und seitdem singen wir es für jeder passende und passende Gelegenheit, selbst vor dem Parlament, für den Johann Harbert gesungen, so eine Mömerunger singen, ob es klappt. Nächstens ist er auch Vorführeffekt hier, hier im Norden. Jetzt. Alle Frauen! Vielen Dank. Das ist die Aufregung. Das bleibt unser Haus, wir ziehen hier nicht aus. Wir liegen hier vor Anker, wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. In der stillen Straßensee wird es jetzt noch weitergehen. Wir sind nicht bereit zu weichen, wir sind stark wie alte Weichen. Man zu hören, wenn man zu weichern, will uns unsere Heimat nehmen. Wir sind nicht bereit zu weichern, wir sind nicht bereit zu weichern, wir sind nicht bereit zu weichern, wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. Vierzehn schöne und ruhige Jahre stellen andere in Fragen. Alle will hier, wir sanieren, wenn wir neues finanzieren. Altes Haus, das nichts mehr bringt, wenn ein Meistanbieter fing. Anfangs fehlte uns die Courage, jetzt sind wir noch nur in Arche. Das bleibt unser Haus, wir ziehen hier nicht aus. Wir liegen hier vor Anker, wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. Wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. Wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. Wir sind die Panko-Panter und fahren hier durch kaltem Ost. und fahren jetzt im Kalben raus. Mehr Menschlichkeit. Wir brauchen mehr Menschlichkeit. Vielen, vielen Dank. Das war's. Ich denke, wir haben ja schon angeboten, jeder, der möchte, kann dieses Tier ein bisschen bedienen.